Jetzt möchte ich zeigen, wie man einen Kontaktabzug mit Mirage erstellen kann. Ich habe hier in Lightroom ein paar Bilder geöffnet, nämlich diese hier, und von einer Auswahl, die ich hier in der Schnellsammlung habe, möchte ich jetzt eben diesen Kontaktabzug erstellen. Dafür markiere ich mir diese Bilder und gehe über Datei, Exportieren und suche mir hier Mirage drucken, volle Qualität, diese Vorgabe heraus und exportiere diese Bilder nach Mirage, direkt aus Lightroom. Wenn man die Bilder natürlich aus einem anderen Programm zuerst rausrechnet, kann man die jederzeit per Drag & Drop auf das Programm Mirage Print direkt draufziehen und so werden auch diese Bilder geöffnet, egal wie viele das sind. In meinem Fall sind das jetzt eben neun Bilder. An sich möchte ich den Druck auf einem A4-Papier, also einem ganz normalen, ich nenne es mal Office-Papier vornehmen, aber Mirage soll, wie gesagt, die Bilder so anordnen, dass ich sie sofort als Kontaktabzug ausdrucken kann. Und optimal wäre es dann natürlich auch, wenn ich das alles eingerichtet habe, dass ich mir das Ganze auch speichere für eine erneute Verwendung. Ja, jetzt rechnen, wie gesagt, Lightroom einmal die Bilder nach draußen. Das kann eben einen Moment dauern und wenn Lightroom damit fertig ist, werden die Bilder eben an Mirage weitergegeben. So, nun ist Lightroom fertig, Mirage wird geöffnet und ich habe hier jetzt diese neun Bilder in meiner Software, also in Mirage. Und jetzt kann ich wieder die Einstellungen vornehmen. Und zwar starten wir einfach mit dem Drucker, das passt. Dann wähle ich mir das Papier aus, dann nehme ich ein Plain Paper. Die Auflösung für den Druck kann man hier ohne dies nur mehr auf normale Qualität einstellen. Und jetzt möchte ich eben nicht auf Rolle drucken, sondern auf Blatt. Und wenn ich jetzt auf die Standardgröße gehe, sieht man, obwohl ich hier eigentlich ein A4-Papier in meinem Epson Stylus Pro 7900 drinnen habe, kann ich das nicht auswählen. Das ist eine Falle, wie ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich meinen Rechner neu gestartet, habe ich meinen Drucker neu gestartet und hätte beinahe die Software neu installiert. Ich habe dann bei Mirage nachgefragt und die Lösung erhalten. Und zwar, dieses Modell, also mein Drucker, kann randlos, ich habe nämlich zuvor bei einem Auftrag randlos eingestellt gehabt, nur bis 24 bzw. ab 25,4 cm drucken. Ich will ja sowieso nicht randlos drucken. Wenn ich das jetzt auf normalen Rand stelle, dann kann ich jetzt hier bei meiner Seitengröße wieder alle Seitengrößen auswählen. Also man sieht, wenn man randlos eingestellt hat, eben bei diesem Rollendrucker im Speziellen, dann kann man nur gewisse Formate auswählen. Ab dem Moment, wo ich einen normalen Rand habe, kann ich wieder auf alle meine Formate zugreifen. Und in dem Fall habe ich eben ein A4-Papier eingelegt. Gut, das passt einmal soweit. So, und jetzt möchte ich aber diese neun Bilder hier auf meinem A4 automatisch platziert haben. Und das geht, indem man hier bei der Platzierung, Platzierung Doppelpunkt, auf Gitter wechselt. Und beim Gitter kann man jetzt Spalten eingeben, ich sage mal drei Spalten und drei Zeilen. Und habe hier jetzt meine Bilder in diesen drei Spalten und drei Zeilen. Aktuell sehe ich aber nur einen Ausschnitt, weil die Bildgröße noch von zuvor übernommen worden ist. Wenn ich da jetzt aber zum Beispiel sage, Seite füllen, dann werden diese Kacheln gefüllt. Wenn ich hier sage, an die Breite anpassen, dann wird das eben an die Breite angepasst. Wenn ich hier jetzt aber sage, an Seite anpassen, dann wird jedes einzelne Kachel sozusagen als Seite gesehen. Und ich habe hier jetzt wirklich die Bilder direkt drinnen. Und so möchte ich das ja auch wirklich haben. Jetzt kann ich zusätzlich noch, ich gehe da mal in die Seiten vorschauen, dann sieht man hier die einzelnen kleinen Bereiche. Aber ich möchte ja eigentlich eh alles sehen, das passt. Jetzt möchte ich zusätzlich noch den Namen meiner Bilder haben. Und das kann ich auch machen. Und zwar hier bei der Markierung kann ich bei der Markierung auf Beschriftung gehen. Wenn ich das nicht auswählen kann, hat das einfach den Grund, dass jetzt nicht ausgewählt ist, was hier eingestellt werden soll. Also immer die Bilder markieren, auswählen. Jetzt kann ich auf Beschriftung gehen. Und hier sieht man, dass Mirage automatisch den Dateinamen und dann das heutige Datum einfügt. Das kann ich natürlich anpassen. Und zwar kann ich dazu in Mirage in die Einstellungen gehen. Und hier kann ich dann auf den Punkt Erweitert gehen, Beschriftung. Und hier sieht man, dass ich Titel und Druckdatum habe. Das kann ich aber auch bearbeiten und zum Beispiel nur den Titel nehmen. Hier unten sieht man dann das Beispiel. Ich kann jetzt auch sagen, das soll zum Beispiel zentriert unter dem Bild stehen. Ich könnte jetzt noch verschiedene andere Einstellungen hier vornehmen. Druckdatum haben wir schon gehabt, den Medientyp, den Dateipfad. Also es gibt hier verschiedene Varianten, die ich hier einstellen kann. In diesem Fall lasse ich das einfach einmal so stehen. Das passt eigentlich alles ganz gut. Hier beim Schrifttyp nehme ich vielleicht einen Schrifttyp, den ich auch bei meinem Logo verwende. Also in diesem Fall die Mirage Pro. Die Größe mit 10 Punkten ist okay. Ich nehme vielleicht ein wenig ein Grau, also nicht ganz schwarz. Bestätige das mit okay. Und bestätige das wieder mit okay. Also Mirage hilft mir beim Erstellen von Kontaktabzügen auch sehr, sehr gut. Das ist ein Schrifttyp.